Hallo und willkommen zu einem neuen Infovideo. Ich möchte heute darüber sprechen, warum in letzter Zeit recht selten Videos kamen und recht unregelmäßig. Und was da genau los war, möchte ich euch heute kurz erzählen. Ja, zur Zeit kam irgendwie alles zusammengefühlt und ich hoffe, dass es danach jetzt wieder regelmäßig weitergehen kann und nicht noch irgendetwas kommt. Es fing alles damit an, dass ich vor einigen Wochen mein Abi beendet habe. Und das ist nicht die Katastrophe. Also das ist keine Katastrophe. Das lief noch ganz gut. Da habt ihr aber auch schon mal gesehen, dass da vielleicht ein Video mal nicht kam. Genau, und zu dem Zeitpunkt, ich glaube, da hatte ich noch meine letzte Prüfung, da kam ein Familienmitglied ins Krankenhaus. Als ich dann mit dem Abi fertig war, hat sich das um einiges verschlimmert. Und dann selbst es trat dann ein. Deswegen ich dann auch dieses Conan-Infovideo gemacht habe, weil der Zustand doch sehr schlimm war und die Ärzte gesagt haben, es sieht nicht gut aus. In der Zeit musste ich dann natürlich für meine Familie da sein. Genau, und der Zustand hat sich dann aber wieder verbessert. Es ist immer noch, auch zu diesem Zeitpunkt, immer noch nicht gut. Aber es ist schon um einiges besser wieder. Er konnte jetzt schon zur Reha und wir hoffen, dass es jetzt weiter bergauf geht. Und als der Zustand ein bisschen verbessert hatte, hätte ich dann wieder aufnehmen können eigentlich. Da kam dann allerdings eine Bronchitis. Das heißt, ich war eine Woche komplett ausgeschalten und noch eine Woche hatte ich immer noch starken Husten. Weswegen ich auch nicht aufnehmen konnte. So, und dann nach der Bronchitis, als es mir wieder besser ging und ich auch wieder einigermaßen reden konnte, ohne dauernd zu husten, funktionierte mein Computer nicht mehr. Also war plötzlich super langsam, sodass ich auch keine Videos schneiden konnte, zum Beispiel. Und dann habe ich wieder eine Woche gebraucht, knapp, bis ich dann erstmal gefunden habe, woran es liegt. Und jetzt habe ich eine Möglichkeit gefunden, dass er zur Zeit wieder funktioniert. Ich hoffe, das hält, zumindest noch ein halbes Jahr oder ein Jahr. Dann brauche ich wohl ein neues Mainboard und dann muss ich wohl mal komplett aufrüsten. So, und so kam dann eben eins auf das andere. Und jetzt geht zum Glück erstmal alles. Mir geht es gut. Und auch mit dem Familienmitglied geht es zur Zeit besser. Und auch mein Computer läuft zur Zeit. Ich hoffe, jetzt kommt nicht noch irgendetwas. Falls doch nochmal irgendwelche Videos ausfallen, ich mal eine Woche wieder weg bin, dann könnt ihr euch sicher sein, dass wieder irgendetwas passiert ist. Und dass ich aber, dass aber keine Videos ausfallen, weil ich irgendwie keine Lust mehr hätte oder so. Also es sind zur Zeit einfach Sachen passiert, die mich davon abgehalten haben, Videos aufzunehmen und zu schneiden und so weiter. Falls ihr Conan gerne noch nachholen wollt, Poisit hat natürlich die Conan-Videos trotzdem hochgeladen. Auch wenn ich nicht hinterher gekommen bin, klickt einfach auf die Playlist und da kommt ihr dann zu den Videos von Poisit. Also da sind schon ein, zwei Folgen mehr draußen. Und wenn jetzt alles gut funktioniert, kommen jetzt in den nächsten Wochen wieder ganz normal die Videos. Dankeschön, dass ihr so lange zugehört habt. Ich entschuldige mich nochmal, dass ihr doch so lange warten musstet. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und hoffentlich sehen wir uns in einem nächsten Video wieder. Tschüss!